Liebe Zuschauer, Liebe Zuschauer, in unserer protestantischen Kirche hier in Miesau heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Ute Stoll-Rummel und diese Bauernbarockkirche reformierten Stils ist seit 20 Jahren eine meiner Predigtstätten als Pfarrerin hier. Diese Kirche, ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Sie wurde 1783 erbaut und nach der letzten großen Renovierung 1987 wurde sie in diesem warmen Holzton hergestellt. Im Jahre 2008 konnte die romantische Stummorgel von 1882 dann wiederhergestellt werden. Sie war 1951 von der Orgelwerkstatt Oberlinger vollständig umgebaut worden. Spenden in Höhe von 100.000 Euro waren für die Rekonstruktion der vollmechanischen Kegelladen, des Spieltischs und des Prospektes zusammengekommen. Die Stumm-Franzorgel, wie sie jetzt heißt, fügt sich durch ihren weichen Klang und ihr Holzgehäuse harmonisch in unser Kircheninneres ein. 1960 wurden die Jugendstilfenster der Kirche durch eine rechteckige Bleiverglasung ersetzt. Diese Fenster waren die letzte energetische Schwachstelle unserer seit 2008 mit Pellets beheizten Kirche. Im Zusammenhang einer neuen Doppelverglasung wurde dann der Wunsch nach Kunst im Kirchenraum laut. Das Forum Kunst und Kirche unserer Landeskirche stellte den Kontakt zu Herrn Professor Johannes Schreiter her. In seinem Glasmuseum in Langen begeisterte er uns für seine moderne Glaskunst. Das Presbyterium als entscheidendes Gremium unserer Kirchengemeinde gab ihm den Auftrag, Entwürfe für die Altarfenster zu zeichnen. Diese präsentierte er uns dann im September 2016 anlässlich unseres Gemeindefestes. Die positiven Rückmeldungen bei unseren Festbesuchern bestärkte unser Vorhaben, diese Fenster hier einbauen zu lassen. Für das Fensterprojekt haben wir 2015 und 2016 im Advent jeweils Spendenaufrufe gestartet. Zusammen mit den Baumitteln aus dem Kirchengemeindehaushalt für die Doppelverglasung war das Presbyterium in der Lage, den Auftrag an die Glaswerkstätten Dericks im Herbst 2016 zu vergeben. Mein Mann wurde vor elf Jahren von der Evangelischen Kirche der Pfalz zum Fundraiser ausgebildet. Das heißt, er ist Experte im Spendensammeln. Neben der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur konnte er die Dr. Weisbrot-Russ-Stiftung innerhalb der Stiftung zum Erhalt kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland als Spender gewinnen. Dr. Weisbrot und seine Frau haben das Auferstehungsfenster hinter mir gestiftet. Außerdem wurden über 50.000 Euro von Privatspendern gesammelt. So konnten wir am Ostermontag dieses Jahres in einem feierlichen Gottesdienst mit Kirchenpräsident Christian Schad den Schreiterzyklus hier in Miesau einweihen. Er umfasst die fünf Altarfenster, wobei die mittleren drei die Kreuzigung, die Auferstehung und die Geschichte der Begegnung Jesu mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus darstellen. Damit steht die Auferstehungsbotschaft im Mittelpunkt des Kirchenraumes. Das war mir als Pfarrerin sehr wichtig und jeden Sonntag stehe ich nun zwischen dem Kreuzigung und dem Auferstehungsfenster oben auf der Kanzel. Ich freue mich, dass die Fenster auf ihre Weise zu uns sprechen und es noch vieles in ihnen zu entdecken gibt. Typisch für die Kunst von Professor Schreiter ist die Darstellung der Menschen als Quadrate, als Weltmenschen in ihrer Ausrichtung in alle vier Himmelsrichtungen. Betrachten wir die Fenster, so können wir uns selbst in ihnen finden. Manchmal zweifelnd, weit weg vom Geschehen in dunklen Farben, aber auch mit brennenden Herzen als Glaubende. Die Linien und Brüche in den Fenstern stehen für das Dramatische, nicht nur des Ostergeschehens. Sie können auch als Höhen und Tiefen im Leben des Betrachters gedeutet werden. Die warmen Farben verstärken die Atmosphäre des Kirchenraumes. Für die sechs Fenster unter den Emporen hat Professor Schreiter ebenfalls Entwürfe angefertigt. Für deren Realisierung fehlen aber der Kirchengemeinde noch rund 26.000 Euro. Der Fensterzyklus gefällt vielen meiner Gemeindeglieder sehr gut. Sie sind stolz darauf, so kostbare Kunst hier in unserem Dorf zu beheimaten. Ich bin überzeugt, dass die neuen Kirchenfenster auch für das Tourismuskonzept der Verbandsgemeinde positive Auswirkungen haben werden. Daher werden wir die Fenster auch weiterhin mit Broschüren, Kirchenführungen und einem hochwertigen Bildband nach Kräften bewerben. In diesem Sinne lade ich Sie alle ganz herzlich ein nach Miesau in unsere protestantische Kirche. Verehrte Zuschauer, in unserem gemeinsamen Leben haben wir schon so viel Schönes erlebt. Uns wurden viele Jahre in Irland geschenkt. Wir waren der Meinung, dass wir aus Dankbarkeit unseren Mitmenschen etwas zugeben müssten. Aus diesem Grund beschlossen wir im Jahre 2007 die Dr. Weißbrot-Russ-Stiftung zu begründen. Unter dem Dach der Stiftung zum Erhalt kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland, kurz Kiba genannt. In einem Festgottesdienst in der St. Nikolaikirche in Bauerwehrland, leisteten wir unsere Unterschrift unter die Stiftungsurkunde. Seit dieser Zeit hat unsere Stiftung acht Projekte, teils mit erheblichen Geldmitteln gefördert. Das war nur möglich durch Spenden und Zustiftungen von vielen Freunden und Bekannten. Ein herzliches Dankeschön dafür. Unsere Stiftung stellt eine Ergänzung dar. Während die Stiftung Kiba Projekte fördert, die verhindern sollen, dass es in die Gebäude reinregnet, wie zum Beispiel Dach- und Außenmauer, fördert unsere Stiftung Projekte, die den Innenraum betreffen, einschließlich Inventar und Fenster. Hauptsächlich wurden Projekte in Ostdeutschland gefördert, wie zum Beispiel Bauerwehrland in Lassaner Winkel, in Radegast, Sachsen-Anhalt, in Pinoff vor Usodom, in Rudersdorf, Thüringen und im Dom zum Naumburg ein Fenster in der Krypta. Aber auch bei uns in der Pfalz, wie in Essingen und jetzt auch in Miesau, das Auferstehungsfenster. Zuletzt waren wir bei der Einweihung von zwei von unserer Stiftung geförderten Fenstern, des bekannten Glasmalers Thomas Kuzio in Färchen am Kummerower See. Das nächste Projekt ist bereits in Planung und befindet sich in Neustadt an der Weinstraße. Ja, schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Rainer Schmidt. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Derichs-Glas-Studios in Taunusstein. Ich selbst bin Glasmaler und Kunstglaser, habe den staatlich geprüften Glasbautechniker und Glasermeister und bin auch öffentlich bestellter und vereitigter Sachverständiger für das Glaserhandwerk. Wir als Derichs-Glas-Studios haben im letzten Jahr unsere 150-Jahr-Feier feiern können und ein großes Engagement der Familie und unserer Mitarbeiter hat dies möglich gemacht. Nicht zuletzt stehen wir für die Kunst am Bau durch künstlerische Glasgestaltung, Glasmalerei, Bleiverglasungen und Restaurationen und Ergänzungen von historischen und künstlerisch wertvollen Glasgestaltungen nach Entwürfen von nationalen und internationalen Künstlern und oder Architekten. Das Einsatzgebiet beschränkt sich aber nicht nur auf Sakralbauten, sondern auch mittlerweile immer mehr in dem profanen Bereich und das weltweit. Das hier im Bild sehenden Fenster, die gestalteten Fenster von Herrn Professor Johannes Schreiter und die Zusammenarbeit mit ihm ist natürlich immer eine große Freude von uns. Mittlerweile arbeiten wir seit fast 55 Jahren mit Herrn Professor in der Glaskunst. Nicht zuletzt ist das auch der Grund, dass ihm als einziger Glasgünstler in unserem Atelier ein eigener Arbeitsbereich, ein Schreiterraum gewidmet und eingerichtet wurde. Das Arbeiten mit dem Herrn Professor ist für uns immer wieder eine große Herausforderung in Bezug auf Material und Maltechniken. Hier am Beispiel der Fenster in der Kirchengemeinde in Miesau möchte ich Ihnen anhand eines kurzen Ablaufs einmal die Entstehung mitteilen. Also im Vorfeld eines solchen Projektes stehen immer drei bis vier Vor-Ort-Termine mit der Kirchengemeinde, mit den Wünschen und auch mit den Künstlern. Das war hier genauso. Der zweite Entwurf oder der zweite Termin war dann schon auch die Vorstellung der Entwürfe und Gläser. Hier ist natürlich die Dr. Weißbrot-Rust-Stiftung im Einzelnen genannt, die auch im Vorfeld schon das Projekt überhaupt zum Tragen bringen konnte durch das Aufstehungsfenster. Weitere Vorstellungen sind natürlich auch die Besprechungen der Fensterkonstruktionen. Wie Sie hier sehen, im Vorfeld waren diese Konstruktionen anders, sind aber jetzt mit neuen Rahmenkonstruktionen wieder an den Ursprung angepasst worden. Ja, und das Besondere an der Ausführung dieser Fenster sind natürlich auch die mundgeblasenen Gläser. Es werden hier in der Hütte in Walzassen Gläser hergestellt, fast wie im Mittelalter. Sie werden als Zylinder geblasen, geöffnet, aufgeschnitten und plan gebügelt, sagen wir immer so locker. Und dann haben wir Scheiben von 60 mal 90 Zentimeter Größe maximal. Ja, nach dem Aufmaß und der Vergrößerung der Entwürfe wird dann der 1 zu 1 Karton hergestellt. Dieser, wie schon gesagt, 1 zu 1 Originalgröße des Entwurfes. Dieser Karton kommt wieder zum Künstler, zum Herrn Professor. Dort werden die Linien über und Farbverläufe nochmal exakt eingegeben in den Karton, dass wir für eine Arbeit wirklich exakte Vorgaben haben. Nach dem fertigen Karton, der wieder zu uns in die Werkstatt kommt, werden die Gläser ausgesucht. Die Gläser, wie gesagt, und die Farben sind aus der Glashütte in Walzassen. Das Weitere ist dann, nachdem der Karton in unsere Werkstatt wieder eingetroffen ist, werden Schablonen hergestellt. Auch diese sind die Vorlage für das händische Zuschneiden der Gläser. Wenn dies alles vorbereitet ist, kommt Herr Professor Schreiter wieder in unsere Werkstatt und nimmt die Glasauswahl eines jeden einzelnen Stückes auf. Das macht er mit unserem Werkstattleiter Uwe Hofrichter und seinem bewährten Team, auch mit der Glasmalerin Bärbelkotschling Csahandust. Alle Gläser werden nun zugeschnitten, mit Airbrush-Techniken versehen, zum Teil mit Flusssäure geätzt, um Farbverläufe zu optimieren und alle einzelnen Gläser fertiggestellt. Nachdem alle Übergänge fertiggestellt wurden, sind alle Malereien und Konturen angefertigt wurden, auch im Ofen eingebrannt wurden, werden diese zur Kontrolle auf eine Trägerscheibe aufgewachst. In einem großen Fenster, in dem wir komplette Kirchenfenster aufbauen können, aufgestellt, abgedunkelt und dem Herrn Professor zur Abnahme oder zur Korrektur vorgelegt. In dieser Abnahme oder Korrektur der Gläser werden vereinzelt noch Gläser ausgewechselt, noch mal nachgemalt, Strukturen angepasst, Konturen eventuell verändert. Und erst dann können alle Schritte eben weitergehen und zum Verbleien. Wir sprechen hier von einer traditionellen Bleiverglasung mit dem H-Profil als Blei und auch gleichzeitig hier in den Entwürfen von Herrn Professor Schreiter als Linien zu erkennen. Das Besondere hier an den Linien ist, ein Blei ist eigentlich durchgängig 6 mm, 8 mm, 10 mm breit, aber die Linien von Herrn Professor Schreiter schwanken mit Auskerbungen von 4 nach 6 oder 8 mm auslaufend, was man sehr schön in den Entwürfen und in den fertigen Fenstern erkennen kann. Wenn dann alle Schritte erledigt sind und wir die Endabnahme natürlich dann verbleit vornehmen, können nochmals Auswechslungen stattfinden von einzelnen Gläsern, was aber dann meistens sehr unwahrscheinlich ist, aber die Möglichkeit besteht. In unserem Fall hat die Kirchengemeinde alle Schritte auch in der Werkstatt verfolgen können. Mit einem Bus ist die Kirchengemeinde angereist, auch mit den Sponsoren. Herr Dr. Weißbrot und Herr Dr. Weißbrot-Rust war natürlich auch zugegen und konnten die einzelnen Zuschnitt, die einzelnen Arbeitsschritte in Augenschein nehmen und erst dann sieht man auch, was für ein unglaublich hoher Aufwand in einem solchen Fenster steckt. Ja, nachdem alles in der Werkstatt vollzogen ist, können die Fenster eingebaut werden. Dann geht es hier auf die Baustelle, für uns dann eine Baustelle und die Fenster werden eingesetzt. Bis zur Einweihung natürlich ein ganz wichtiger Moment, auch für die Kirchengemeinde. Auch hier, wir hatten erst drei Fenster fertig, zwei fehlen. Das führt auch dazu, dass Lichtverhältnisse nicht optimal sind, aber nachdem dann alle Fenster eingebaut werden, herrscht eine einstimmige Stimmung über ein wunderbar gelungenes Projekt. Und wir sind auch stolz, als Derichs-Glas-Studios so toll unterstützt zu werden, auch von Dr. Weißbrot-Rust-Stiftung in Bereichen Glaskunst. Denn auch wir sind der Meinung, es sollte doch auch die moderne Kunst der heutigen Zeit in den Kirchen zu finden sein. Damit schließe ich die Worte und bedanke mich nochmals. Herzlichst, Ihr Rainer Schmidt von Derichs-Glas-Studios Taunenstein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017